Geh, geh. Geh, geh. Guck, geh. Guck, geh. Guck, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Servus, Freunde. Was geht? Herzlich willkommen auf einer neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder... Geh, geh, geh. Geh, geh. Schreibt mir irgendwas lustiges hin auf Türkisch. Aber gönnt ihm auch ein bisschen Liebe, so leicht durch. Aber gefällt mir. Ja, noch so. Alsat, bußat, donsat. Pengenler nerde, işte geldiler. DGS Dankeschön, bitteschön. Hazara mı giriyorsun abi? Salatsak, konuşma. Kameraya koymuşum buraya. Kamera nerde? Şu değil mi kamerada? Kamera mı olur? Bak. Aaaa. You understand me? I understand you. Scharkı mı açıyon mu? Ne açıyon? Verdim, sana verdim. Evet. Güzel mi scharkı sence? Güzel. Niye öyle? Ben nerde mi bilmiyorum yani. Bestem abi, vallaha, Liebe this new name. Güzel. Ihr wollt, dass ich zum Bazar gehe. Wieder Klamottenverlost. Heute bin ich in meiner Heimat. Werd euch hier wieder Klamotten kaufen. Schaut euch das Video einfach an. Schreibt in die Kommentare einfach, was ihr wollt. Und liked das letzte Bild auf Instagram. Dann müsst ihr mir auch natürlich folgen. Könnt ihr das Ganze da abchecken, wie die Verlosung so abgeht. Würde mich freuen über euer Kommentar hier unten. Und dann nochmal über ein Daumen nach oben auf dieses Video. So, euer Herzen bleibt gesund. Und wir fangen direkt mal an mit dem Video. Der Opa pennt einfach. Ja, ist auf jeden Fall sowas ähnliches wie in Istanbul. Mal schauen, was ich euch alles verkaufen werde. Ich werde immer wieder Größe ML kaufen. Und ich denke auch, dass den meisten Leuten etwas kleiner sind. Denen die Klamotten passen. Und den Größen dann ebenfalls auch. Deshalb so ML ist gut. Ich bin jetzt auf Action. Die sehen direkt, dass ich Deutsch bin, Digga. Schau mal, wie ich angezogen bin. Schlappen, kurze Hose mit Risse, Digga. Die haben nicht mal diese Hose hier. Und von Angels T-Shot. Komm mal Hose an, Digga. Du bist ja von dem Ding Schlacht gekommen gegen Werbung. Dass jeder Kanake in Türkei gerade trägt, kann doch nicht wahr sein. Ich schäme mich gerade sogar, das angehabt zu haben. Aber ich habe es ganz früher gekauft. Schau bitte an, zeig den Leuten mal so. Sehr aufgerüst, Leute! Aus Stuttgart. Aus Augsburg, er ist aus München. Wohnt ihr jetzt hier in Dinnis oder was? Einen Abend gehört mir. Ich bin jetzt einfach mein Urlaub da. Und bin längere Zeit hier. Ich wünsche immer hin und her. Also das heißt, ihr macht jetzt ein Video. Ich muss sich mal sehen und schrauben. Ich bitte mal schrauben Sie in uns Instagram. Ich muss mich mal auf Instagram aufhören. Ein Problem, sind wir heute etwas essen? Es ist warm ist. Ich muss man gerne jetzt Cola. Ich schraube das an, das zu nichts. Deiner Schrauben, hallo Almanya. Aber habt ihr die im Weichster? Die im Schwarz. Die hier sind von der Qualität ja nicht so gut. Voll ehrlich, Dick, erstmal High Five, Mann. Die sind alle pervers, die Valentinos, auch die Marken. Die sind die meistverkaufsten, die wir haben. Ich hab ein paar Beschwerden schon bekommen, ich sag's doch gerne. Jetzt empfehle ich euch den Laden wirklich. Mutterkonzept, kommt vorbei. Also hier geht einiges ab. Was wollt ihr? Wollt ihr Heroin, Haschash? Was sollen wir den Jungs kaufen? Die wollen bestimmt Palm Angels T-Shirts. Aber der Bisch ist geiler. Aber der Bisch ist geiler. Wie bei dem Echt. Weißt du was ich meine? Immer gleich. Allah. Sorry. Ich hab zu allen kennen, ich weiß nicht. Bescheid. Ach sagen Sie, Palm Angels T-Shirts eigentlich den Laden nehmt? Ja, den Laden nehmt. Istivaç yapıyorsunuz mu? Amaya mı gelmek istiyorsun? Nein, istemiyorum da getirmek istiyorum ben. Aslında bir bulsak sana. Yeni yayınlayın biraz. Çok yapıyorum. Vardım. Çok iyi. En iyi fake. Adamın burası Türkiyese. Her türlü haklı çıkarız biz. Alle aynı sekre. Der Druck. Der Druck. Der Druck. Der Druck. Der Druck. Allah, bunu satmıyoruz. 300 lira falan. Ama bu 265 lira. Und eins noch. Bei uns im Laden gibt's nur Etikettenpreise. Dass die Leute sich quasi wohl fühlen. Nicht, dass sie denken, ich komm aus Deutschland, ich komm aus Holland, ich komm aus Frankreich. Die zocken mich jetzt ab. Nein. Ob ein Einheimischer reinkommt, ob ein ganz normaler Türke reinkommt. Oder jetzt von Solist reinkommen. Oder ebenfalls wir reinkommen. Jeder zahlt das gleiche. Und es gibt auch nicht irgendwie jetzt, wenn der Türke kommt, 50% nochmal Nachlass an der Kasse. Das ist ganz konkret. Letztens haben sich viele von euch beschwert, dass sie nicht in dessen Größe waren. Deshalb werdet ihr auch diesmal mehr so Geldbeutel holen. Die, was einfach jeder benutzen kann. Kleinigkeit. Genau. Weißt du das mal? Gürtel, Tasche und sowas ist besser. Weil wenn ihr jetzt T-Shirts holt, kann den nicht jeder anziehen. Was ist das für ein T-Shirt, Digga? Für eine Frage, können wir ja ein Bücher machen. Natürlich. Ich denke schon, dass manche den Off-White-Gürtel haben wollen. Aber die Frage ist, wie bindet man den? Ich weiß nicht mal, wie man den bindet. Haben wir den irgendwie mit? Wie mehr machen wir das? Ja. Ja. Ja, natürlich. Und das ist nur ein Ballером. Einmal. Woher da? Boah, da ist aber wild. Wie derол ... Aber nicht so. Für mich ist das ein bisschen auch ein Golf-Haster, Digga. Ja, ok. Verknock. Alles, welches ist von der Würstchen? Von dem hier? Ja. Überraschend. Mitschad. Bist du eigentlich direkt aus Deniz две, oder? Ja. Ja? Kennst du Schrikley? Von TikTok? Ja. Wie geht denn das zum Beispiel? Freunde, schaut, kippt euch die Ordnung. Oblig, ja kippt 84 Euro. Nicht so eine gute Quali, wenn euch ehrlich. Ich komme dann im Winter nochmal auf jeden Fall in einen Shop für euch. Das machen wir dann im Winter, dass ich euch so Wintersachen gönne. Jetzt im Sommer Sommer, im Winter immer Winter. Das ist so schön, sehr schön. Kamerabar habe ich schon gemacht. Kamerabar habe ich schon gesagt. You're Balenciaga. Hast du Leute kommen? Ja. Ja, ich hab dich. Ich habe schon mal ein paar ürünes gegeben. Ich habe mir nicht mehr, aber ich habe ihn aus. Ich habe ihn nicht mehr. 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 Jetzt ist es ein Kanal. Ich hab's vergessen. Freunde, wir ziehen weiter. Hatte Jungs, macht es gut. Wir haben euch schonmal gegönnt. Ein auf White-Gürtel, plus eine Ralph Lauren-Badehose im Elb. Schaut, Freunde, hier gibt es so Valenciaga, Palm Angels, alles Dior, Bruder. Das ist dieser Pazart bei uns. Hey, das Ding ist, einfach unterhosen, Bro. Gel, gel. Güzel, çek, aber schön. Ismini, Söyle. Arkadaşlar, kanala abone olun. Kemome. Ich zeigte den Lauf. Schöne, 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 Schöne. Naja, komm, lass weiterlaufen. Ich war hier schon 5 Jahre nicht mehr, Freunde. Ich war 1er Jordan, Bro. Was sagst du so zu denen? Respektlos so, ne, Dien? Ich bin von der Qualität immer schlechter und schlechter. Umso mehr wir reinlaufen. Ich will euch auch keinen Schmutz geben. Wenn ich euch was biete, dann schon was Gescheites. Und ich such grad etwas, was von der Qualität aus wirklich nicht schlecht aussieht. Das sind so die einzigen 2 Dachen, die ich bisher gefunden habe. Was sagst, Bro? Mal auf und zwei checken wir jetzt, ne? Ja, den hast du nicht. Keine Ahnung, ob es die Tasche gibt. So schlecht schaut die nicht aus, Dig. Bööle. Oh, willst du ohne Fahndung direkt, oder was? Ja, das tut mir leid. Hab ich, du bist ja noch warm. Hab ich, du kannst sogar mehr holen eigentlich. Ja, gell? Aber die sind nicht so gut. Jeder kann was gewinnen, so weißt du was ich meine? 3 Reichen. 3 Geldbeutel, die kann jeder gewinnen. Aber wallah, die sind von der Qualität her nicht so gut. Aber das sind so Kleinigkeiten, so wisst ihr für euch. Dann halt nochmal so einen Gürtel haben wir, die Badehose haben wir. Ach ja, genau, und die Tasche. Die Tasche ist so bisher das Beste. Schauen wir einfach mal weiter, jetzt gehen wir zu ein paar T-Shirts und so. Wie ihr sehen könnt, ist unsere City richtig tot. Und die eben unser Bestes, meine Damen und Herren. Das Ding ist eigentlich, Bro, die Leute erwarten von mir bestimmt zu Jacken mit einem Wert von so 1.000 Liter. Wie viel Geld hab ich? Du musst noch Tank bezahlen nach Hause. Ja, Digga, ich hab keinen Tank. Wenn ihr nach Hause kommt, soll ich hierbleiben? 3.000 Likes hat. Das andere hat auch 4.000, 5.000 Likes. Werde ich extra nach Istanbul fliegen und werde euch Pullover holen. Ihr werdet mit einem leeren Koffer hingehen, drei Tage in Istanbul meine Zeit verbringen und euch Klamotten kauft. Aber dafür muss dieses Video 3.000 Likes haben. Und ich mach sowas auch öfter, Digga, weil ich bin euch sehr, 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 sehr dankbar. Und ich liebe euch über alles. Deshalb gönne ich euch, auch wenn das nicht allzu viel ist. Ein bisschen was gibt immer so. 1.000 Likes sagt, Digga, ich kann nicht mehr. Was wollt ihr denn haben? Ja, sagt mir, was ihr haben wollt. Wollt ihr T-Shirts haben? Wollt ihr Pullover haben? Ihr müsst mir Bescheid geben. Ja, 5x Laje kadar T-Shirtler waren. Aber nicht. Ich wollte gerade ausweilen beleidigen. Ja. Neben der Frau bleibt so sehr gefährlich. Checkt ihr die Kinder mehr. Wenn wir mal Kinder waren, ja. Das könnte ihnen schon passen, gell. Das ist auch richtig schön, Bro. Soll ich das für mich holen? Oh, das ist gut. Das ist mein nur wegen Fans. Was ich euch nochmal dazu gesagt haben möchte ist, das ist alles aus meiner eigenen Tasche. Ich werde von diesen Videos nie was Gescheites verdienen. Ich hatte es für euch wirklich, dass ihr erstens Unterhaltung habt und zweitens, dass ihr auch mal ein bisschen was habt von den Videos, weil immer nur für sich selber ausgeben ist auch sehr egoistisch. Ich möchte euch alles sagen. Dann muss ich euch auf jeden Fall auf was zurückgeben, meiner Meinung nach. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr da auf jeden Fall bei mir wünscht will auf Instagram zu machen. Bunlardan varmı abi? So tekmi. O tekmi. O tek, orijinal o. Orijinal mi? Aynen. Harbiden orijinal benziyor. Orijinal zaten. Öyle mi oğlum? Niemand orijinal. Düşünüyorsam bedenini getirttirivereyim istersen. Son zannetmiştim abi. Ben onu getirttiriyorum özel istek üzerine. Ne zaman gelir? Hemen gelir. İstanbul'da bile bulamaz. İstanbul'da bulamaz. Çünkü ben bunu gümrükten aldım. Hey, komm einfach. Ich hab keinen Bock mehr. Benjamin. Evet. Benjamin ist Mesut abi. Almanya'dan geliyorum abi. Beatboxer yapacağım. Abi sizin Boxeriniz varmı be? Tamam, başka işte MG'de yok. Haa. İsterci, denem alem. Denim doğru. İçinde renkler böyle beyazı, fümerengi, kahvelengi soluyo. Drei stück sind in einem gewinnspiel auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, es ist normal, ist okay. Bir kleine unterhosen. Verlose ich jetzt auch einmal für euch. Okay, Freunde. Wir haben euch jetzt einmal noch mal das hier gekauft. Einen größer L. Also, das wird euch passen, wenn ihr so 1,75€ seid. Und die Unterhosen sind auch größer, ey. Tarnade. Ey, da los. Tarnade. Jörg, jörg, tarnade. Hi, hi. Hey, Freunde. Ich sie zum ersten Mal auf Bazar, digga. Dass man wegen zu viel Geld streitet. Nein, ne? Allah, Allah. Wir laufen jetzt zum Auto. Auf jeden Fall. Ich hab gekauft für euch drei T-Shirts, drei Geldbeutel, eine Tasche, ein Gürtel, eine Badehose. Ich hab schon so zehn Sachen umgekauft. Ich habe euch Unterhosen gekauft für die ein oder andere Caya, die ihr weghauen werdet. Ihr werdet an mich denken. Ich will, dass ihr an mich denkt. Und die Leute schauen mich an, weil alle denken, ich bin behindert. Oh, genau. Nein, nein, nein. Das ist in Türkei ein bisschen anders. Aber, Freunde, ich will trotzdem, dass ihr an mich denkt. Digga, ich hab wieder mein Auto für 50 Liter komplett sauber machen lassen. Innen und außen. Ihr müsst euch dieses Video ganz lang bis zum Ende schauen, weil da sage ich euch, wie das Ganze hier abläuft, was ihr dafür tun müsst, um etwas zu gewinnen. Und wenn ich sehe, dass das Video gut ankommt, wie gesagt, dann mache ich das Ganze nochmal mit Winter Edition. Dann werde ich nochmal extra nach Istanbul fahren. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns dann, wenn wir zu Hause sind. Bis dann. So, Freunde, wir sind jetzt wieder zu Hause. Und zwar, ich habe jetzt eine ganze Tüte voll mit den Klamotten. Was ihr jetzt erstmal dafür tun müsst, um beim Gewinnspiel mitzumachen. Ihr müsst mir auf Instagram folgen. Ihr müsst einfach einmal den Beitrag teilen. Einmal jemanden markieren und zugleich auch nochmal schreiben, was ihr wollt. Macht es dann über einen Zufallsgenerator, dass halt jeder was gewinnen kann. Es sind jetzt ungefähr 10 Sachen oder so. Das sollte jetzt erstmal reichen. Und wie gesagt, wenn ich sehe, dass das Video gut ankommt, dann werde ich im Winter nochmal nach Istanbul oder so fliegen und werde euch Hoodies und so holen. Und zwar das erste, was ihr gewinnen könnt, ist erstmal diese MCM Tasche. Die ist schon fresh. So eine Umhängetasche halt. Dann haben wir hier nochmal einen Montclair Polo-Shift. Euch wird das passen, wenn ihr 1,75 Meter ungefähr seid. Freunde, dann kann man nochmal dieses Palm Angels T-Shirt gewinnen. In Größe L. Passt euch auch, wenn ihr 1,75 ungefähr seid. Dann natürlich noch für eure Chias. Gefälschte Calvin. Kleine Unterhosen aussieht zur Kai-Brüder. Ich gönne euch auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal drei Geldbeutel. Einmal so Gucci in schwarz. Einmal so Louis Vuitton. Einmal auch Louis Vuitton. Dann haben wir hier nochmal ein Off-White-Gürtel. Könnt ihr auch einfach so als Umhängegürtel tragen. Oder als Hundeleine für eure Freundin. Und einmal diese freshe Ralf-Loreen Badehose. Extrem fresh. Die wollte ich selber schon immer haben. Ich glaube, ich kaufe die mir auch. Freunde, was ihr jetzt dafür tun müsst, wie gesagt, ist nochmal hier einmal zu kommentieren, was ihr wollt. Auf Instagram jemanden markieren, teilen, mein Bild liken und mir folgen. Das ist doch nicht viel verlangt. Ja, ihr könnt Ralf-Loreen Fake Badehose gewinnen. Ja, was ihr heute macht. Das ist heil, Freunde. Ich wünsche euch was, Freunde. Macht auf jeden Fall bei dem Gewinnspiel. Und bleibt gesund. Und gebt diesem Video ein Daumen. Aum. Hadi Allah. Das war's.